Die Ausgangsposition So, Rocco dein Auto war so viel So, ich bin mal hier auf den Meer lang Mal gucken, was jetzt der TPS mir gesagt Siehst du was, Daniel? So, stopp 107 kmh Mega geil, warte mal 107 kmh, ich weiß nicht mal was sie Ja, das sieht man, ne? Wahrscheinlich schon Go Ich gehe weiter Fangen wir mal einmal Mal hinten mal an Oko 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 Oko